Willkommen zum Podcast des Information Security Forums. Mein Name ist Christina Bergmann und ich begrüße Sie heute im Auftrag des Information Security Forums. Da muss, glaube ich, Europa sehr stark aufpassen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten nicht so weit übertrieben wird, dass wir uns wirtschaftlich oder überhaupt von diesen Erkenntnissen her direkt auch wieder abtrennen, weil wir eben dann nur ein Zehntel von dem, was man vielleicht digital machen könnte und über Big Data oder auch hier über Algorithmen vielleicht etwas entwickeln kann, wo dann Europa aufgrund dieser Schutzvoreinstellungen irgendwie dann nicht die Möglichkeiten einer Dateninnovation oder Weiterentwicklung auch zu gesundheitlichen Fragen sich versperrt. Heute hören Sie den zweiten von drei Teilen des Gesprächs zwischen Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments, das aktuell zur Wiederwahl steht, und European Regional Director für das Information Security Forum, Sebastian Tischer. Sebastian und Axel sprechen heute über die DSGVO und die Bedeutung digitaler Technologie, Datenschutz und Cyber Security im Europäischen Parlament, sowie Cyber Security im Internet of Things und die ethischen Gesichtspunkte und Sicherheit bei AI. Hinsichtlich WLAN, hinsichtlich Internetverfügbarkeit, hinsichtlich Informationsverfügbarkeit, wo man sagen muss, das ist eins der mittlerweile Grundbedürfnisse, zumindest im digitalen Bereich, wo man dann auch bestimmte Verpflichtungen für die Gesellschaft eigentlich auch erfüllen muss. Prima, das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Wie wichtig wird der in einem Europaparlament eingeschätzt? Welchen Anteil nimmt diese Thematik unter den vielen, vielen anderen Themen, wenn man das versucht, prozentual auszudrücken? Also es fällt mir schwer, das prozentual auszudrücken. Ich würde mal sagen, aber wir sind vielleicht mal erst bei zehn Prozent vielleicht und müssten da eigentlich viel schneller vorgehen und viel mehr gestalten, was auch die Zukunft eines Netzes oder auch die Zukunft von Produkten betrifft. Dass man nicht nur was die Privatsphäre, also dass man das Privacy by Design entsprechend nach vorne stellt, mit Privacy by Default nach vorne stellt, aber auch Privacy by Security nach vorne stellt, dass man das versucht, irgendwo schon in den Entwicklungsstrang und in die Produktentwicklung mit einzubauen. Dass gerade auch was Cyberangriffe betrifft, ob das jetzt bestimmte Puppen, die sprechen können oder Augen haben oder wie auch immer, dass es da eben dann nicht möglich wird abzuhören. Es sei denn, man sucht unbedingt ein solches Produkt, aber wo es nicht per Zufall einfach dann passieren kann. Sie referenzieren jetzt auf ein Beispiel einer Kinderpuppe, die im Umfeld von Internet of Things sozusagen angebunden ist, über WLAN sprechen kann, Nachrichten weitergeben kann, die Augen als Kamera sozusagen funktionieren. Also von so einer Fiktion sozusagen. Gibt es ja teilweise sogar schon. Ja. Ja. Okay. Und dass man das versucht, in einen Entwicklungsprozess sozusagen direkt mit zu integrieren und da auch jeden nochmal dazu animiert, dazu auch auf diese bestimmten Dinge, ich sag mal, was Privatsphäre, was Sicherheit und was auch bestimmte Voreinstellungen betrifft, nochmal darauf hinweist. Okay, also das ist im Grunde genommen Security by Design, Default and Deployment. Deployment also auch in dem Device, dass es voreingestellt ist, dass man nicht selber versuchen muss, das nachträglich zu installieren. Oder dass man zumindest die Wahl hat, das entsprechend, wo man dann darauf hingeführt wird und wo jeder sich dann auch entscheiden kann, will ich das oder will ich es nicht. Okay, prima. Ja, also wir haben, denke ich, gerade sehr interessante Punkte abgegriffen. Wir haben den Bereich der Ethik in diesem Umfeld angesprochen. Ethik ist etwas, was sehr schwer zu installieren ist. Richtig. Weder über ein Gesetz, noch kann man das einer großen Tech-Firma überstülpen. Ja. Also ein unglaublich schwieriges Thema. Wir haben über einzelne Aspekte gesprochen, der Sicherheit bezogen auf die Privatperson. Wenn das für die Privatperson gilt, dann sicherlich auch für ein größeres Unternehmen. Und in dem Zusammenhang haben wir ja nochmal über die Datengrundschutzverordnung gesprochen, die also so ein konstituierendes Recht sozusagen dafür darstellt. Also das ist spannend, weil es im Grunde genommen das Gefüge zwischen etwas Grundlegendes zu schaffen in der Gesetzgebung, was es ermöglicht, allen unterschiedlichen Spielern nach Regeln zu handeln. Die also verhindern, dass einer ausbricht und die Macht übernimmt über dieses Konstrukt, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Da machen auch die einzelnen Aspekte Sinn. Ja. Wobei natürlich der ethische Aspekt insbesondere bei den sogenannten selbstlernenden Algorithmen eine große Rolle spielen muss, weil man ja vielleicht nicht immer alles unter Kontrolle hat, was der einzelne Algorithmus nachher auch lernt und wie er das verarbeitet. Deshalb müssen da, glaube ich, auch bestimmte Voreinstellungen über ethische Grundlagen, so schwierig das ist, aber irgendwie versucht werden auch zu erreichen. Also wir sehen ja, Sie sprechen ja jetzt ganz genau auf das Thema Artificial Intelligence an und die Herausforderungen, die das für uns bringt. Also wir haben jetzt im letzten Threat Horizon Report, wir machen den alle jedes Jahr, das ist immer ein Ausblick für die nächsten zwei Jahre, gesehen, wie unsicher Artificial Intelligence noch ist bei der Urteilsfindung von zum Beispiel bestimmten Bildern. Also wenn man einer Maschine sozusagen ein Stoppschild zeigt, dann erkennt es das Stoppschild. Wenn ein Graffiti-Spire da irgendwas drüber gesprüht hat, erkennt es auf einmal nicht mehr das, was ein menschliches Auge sehen würde, nämlich ein Stoppschild mit einem Graffiti drüber, sondern ein Speed Limit. Also eine völlig falsche Interpretation. Oder beim Bild eines Pandas, wenn es wieder gezeigt wird mit einer kleinen minimalen Veränderung, erkennt es ein kleines Äffchen mit, was eine ähnliche Gesichtsschematik hat. Das heißt also, wir sind noch gar nicht da, dass solche Technologien wirklich sicher das Urteilsvermögen und auch einen ethischen Kontext beispielsweise, der ja viel komplexer ist, einzusetzen. Das finde ich ein sehr spannendes Gespräch zu dem Thema. Wobei man natürlich auch hier wieder den Wettbewerb auch der vielleicht großen Regionen, ob das jetzt Asien, Nordamerika oder Europa ist, auch versuchen muss im Auge zu behalten. Auch was eine, ich sag mal, Bekämpfung von Krebs oder Demenz auch anhand von digitalen Daten und auch personenbezogenen Daten betrifft. Da muss, glaube ich, Europa sehr stark aufpassen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten nicht so weit übertrieben wird, dass wir uns wirtschaftlich oder überhaupt von diesen Erkenntnissen her direkt auch wieder abtrennen. Weil wir eben dann nur ein Zehntel von dem, was man vielleicht digital machen könnte und über Big Data oder auch hier über Algorithmen vielleicht etwas entwickeln kann, wo dann Europa aufgrund dieser Schutzvoreinstellungen irgendwie dann nicht die Möglichkeiten einer Dateninnovation oder Weiterentwicklung auch zu gesundheitlichen Fragen sich versperrt. Das ist die große Balance, die man versuchen muss, da hinzubekommen, wo ich sagen würde, da ist Europa aber noch nicht angekommen. Das heißt, wir verstehen als Europakonstrukt noch nicht die Balance zu halten zwischen den Chancen, die Technologie bietet auf der einen Seite und den Risiken, die damit einhergehen. Also die Risiken wären deutlich im Bereich Cyber Security, wer hat Zugriff auf diese Daten und die Chancen wären eben neue Erkenntnisse in der Medizin durch das Auswerten von vielen medizinischen Daten beispielsweise. Also es wäre einfach als Beispiel mal so das nochmal wiederzugeben. Kommen wir nochmal zurück auf die Datengrundschutzverordnung, also die General Data Protection Regulation im europäischen Kontext, in Deutsch Datengrundschutzverordnung. Wenn man sieht, diese Verordnung heute, vielleicht in zwei Jahren und vielleicht in fünf Jahren, wie wird sich das entwickeln? Wie ist auch das Feedback, was Sie erhalten von kleinen Unternehmen, größeren Unternehmen und ganz großen Unternehmen? Haben Sie Feedback bekommen? Ja, also die Einführung der Datenschutzgrundverordnung hier in Deutschland führte ja leider zu großer Kritik, was aus meiner Sicht nicht immer so berechtigt schien, weil wir uns eigentlich sehr stark dem Bundesdatenschutzgesetz angegliedert hatten und vielleicht nur manches vorher nicht so beachtet wurde, obwohl es eigentlich rechtlich gefordert worden ist. Und dadurch gab es nochmal diesen Anstoß. Jetzt gab es aber auch zwei Entwicklungen, einmal das sogenannte Abmahnwesen oder auch dadurch, dass wir hier 16 Landesdatenschützer haben, die nochmal wieder eigene Interpretationen, eigene Anforderungen auch hineininterpretiert haben, wo es zu einer Konfusion der Informationen auch kam. Ich glaube schon, dass wir vielleicht aufgrund dieser Rückmeldungen durchaus mal überlegen müssten, könnte man nicht im ehrenamtlichen Bereich oder bei kleinen Handwerksbetrieben, wo also die Gefahr einer Datenverletzung jetzt wirklich nicht so gravierend ist, dort vielleicht auch einige Lockerungen oder bürokratischen Abbau auch entsprechend wieder betreiben. Andererseits müssen wir natürlich auch immer die Modelle im Kopf haben, wenn man bei Amazon zum Beispiel entsprechend einkauft, dass dann diese Daten an 348 andere Firmen irgendwie nochmal verteilt werden, wo man dann auch sagen kann, naja, davon geht der Verbraucher aber eigentlich auch nicht aus oder der Nutzer. Und wie man das auch versuchen kann, auch hier wieder einzuschränken. Nur da würde ich schon sagen, da müssen wir uns diese Möglichkeiten einer Revision, auch der Datenschutzgrundverordnung entsprechend nochmal genau angucken, würde aber schon sagen, dass es durchaus einige Möglichkeiten gibt. Hinsichtlich der Vertraulichkeit der Kommunikation, wo wir natürlich im Moment auf dem Tisch haben, die sogenannte E-Privacy-Verordnung, da habe ich mittlerweile das Gefühl, dass der europäische Gesetzgeber oder zumindest das Parlament sehr, sehr stark überzieht, bis hin vielleicht auch etwas übertrieben ausgedrückt jetzt, aber wo man sagen kann, das ist die Verabschiedung der Digitalisierung aus Europa, dass man das nicht zulassen darf in dieser Art und Weise. Auf der anderen Seite, wo ich dann wiederum auch das Gefühl habe, bevor wir jetzt mit einer detaillierten Regelung zu einer E-Privacy, also Vertraulichkeit des Wortes oder der Kommunikation kommen, warum können wir nicht bei der Datenschutzgrundverordnung, ich sage mal ganz simpel, eine Art Artikel anfügen, wo es heißt, und ihr müsst dafür sorgen, dass eure Kommunikation vertraulich ist, ansonsten gibt es Ärger. Und dass man da höchstwahrscheinlich bei den Firmen viel, viel größere Vertraulichkeit erhält, als in so detaillierten Regelungen, wo die Fehleranfälligkeit dann relativ groß ist. Es gibt ja heute durchaus schon Technologien, die von den Tech-Giganten mitgeliefert werden, also Verschlüsselung, ein Faktor, zwei Faktor, drei Faktor, da gibt es ja dann auch Kritik an bestimmten Technologien. Und der Herausforderung des Safe Harbor, die ja auch wiederum das Ganze auflöst, was bedeutet das dann für uns, wenn wir Daten in anderen Ländern liegen haben? Macht dann E-Privacy Sinn, wenn wir es im Grunde genommen gar nicht durchsetzen können? Ja. Ja, das ist auch, denke ich, wirklich zu überlegen, wie man das handhabt. Also das ist ein Aspekt in der Tat, ob die Durchsetzung dann noch so ohne weiteres möglich ist. Zum anderen aber auch die Frage, schaffen wir nicht zu viel Verwirrung mit unterschiedlicher Gesetzgebung, gerade im Datenbereich, wo man das eigentlich vermeiden sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder, der irgendwie eine Art vielleicht Datenschutzverletzung irgendwie hat, dass der das auch bewusst machen wollte, sondern wo man dann eben sagen muss, ja auch da muss man ein bisschen mal abstufen. Aber wenn wir das kompliziert regeln, wo die Verarbeitung von Daten nach der Datenschutzgrundverordnung geht, die Transfer der Daten, aber also die Kommunikation als solche nach einer ganz anderen Anforderung wieder funktioniert und dann die anschließende Verarbeitung wieder nach Datenschutzgrundverordnung, dann, glaube ich, sind wir in einem Bereich, wo nachher keiner mehr weiß, was er eigentlich rechtmäßig machen soll. Und da, glaube ich, überzieht der Gesetzgeber, also wenn das so kommen sollte. Und das, glaube ich, ist nicht gesund für eine, ich sage mal, eher normale Herangehensweise an Datenverarbeitung, wo wir eigentlich klare, einfache Regelungen finden sollten und nicht zu komplizierte Einzelfallregelungen. Wir sprechen ja beim ISF von den Kornjuwelen, Protecting the Crown Jewels, also die Kornjuwelen schützen. Und dann stellt sich ja die Frage nach dem digitalen Fußabdruck eines einzelnen Menschen im Netz, wenn er auf der einen Seite seine Daten, der Gesetzgeber fordert heraus, dass die Daten sehr gut geschützt sind, er aber freiwillig alle Daten bei Facebook und anderen Plattformen hochlädt, wo die offen liegen und damit frei zugänglich sind. Also die Regulierung, denke ich mal, trifft vielleicht eher für große Unternehmen zu, die wirklich Werte haben, die sie schützen wollen. IP, Copyrights, Prozesse, Fertigungsprozesse oder sowas. Also ich denke, die Herausforderung wird eher für die großen Unternehmen sein, die multinational agieren. Also die, Beispiel Europa, in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Deutschland, in den Niederlanden, Geschäft machen und dort Daten schützen müssen. Wie ist das eigentlich vom Gesetzgeber geplant? Gibt es durch den Zusammenschluss von Europa eine gewisse Autorität, gesetzlich übergelagert zu sein? Oder greift die lokale Regulierung in dem Fall, wie wird das gehandhabt? Gibt es da schon eine Struktur? Ja. Würde ich jetzt mal, insbesondere wenn ich Datenschutzgrundverordnung und Urheberrecht sehe, wo man eigentlich sagen könnte, naja, so eine richtige Linie hat der europäische Gesetzgeber da noch nicht gefunden. Weil das eine ist eine Verordnung, also im Grunde eine Art Gesetz im deutschen Sinn. Und das andere ist eine Richtlinie, was mehr im deutschen Sinn eine deutsche Verordnung wäre, wo also jeder Mitgliedstaat in dem Fall noch sein eigenes machen kann. Auch beim Urheberrecht hätte ich immer gesagt, es wäre intelligenter im digitalen Bereich, auch eine Vollharmonisierung vorzunehmen, weil es sich hier um ein globales Medium handelt, wo man sagen muss, je höher die Aufhängung dort ist, umso besser ist es für alle Beteiligten. Und jetzt war das aber im Rat oder bei den Mitgliedstaaten nicht durchsetzbar, weil die eben sehr stolz sind auf ihre Rechtsstrukturen im Urheberrecht oder ihre Traditionen im Urheberrecht, sodass das Verständnis und das gleiche Phänomen wir auch wiederentdeckt haben bei digitalem Vertragsrecht. Also Digital Content, auch da haben wir eine entsprechende Richtlinie gemacht, die in das jeweilige Zivilrecht auch eingreift. Und auch da ist der Widerstand der Mitgliedstaaten zu spüren, doch nicht den europäischen Gesetzgeber so weit in das Zivilrecht irgendwie eingreifen zu lassen, dass man das voll harmonisiert. Halte ich für einen Fehler. Ich glaube, da können wir besser sein. Aber die Mitgliedstaaten sind leider in ihrer, wie soll ich sagen, Besitzstandswahrung eben immer noch so weit, dass sie sagen, da hat jetzt der europäische Gesetzgeber nichts zu suchen. Das muss man eigentlich verbessern. Und da ist, glaube ich, das Verständnis im Europäischen Parlament höher als bei den nationalen Gesetzgebern, die dann immer doch eher den Blick auf ihr Staatsgebiet hat und sich sozusagen dort gedanklich beschränkt, während wir auf europäischer Ebene schon das Gefühl haben, wenn es ein globales Medium ist, sollten wir das auch europäisch voll harmonisieren. Und wir müssen uns natürlich immer vorstellen, die Digitalisierung bedeutet eigentlich die Entgrenzung von allem, was wir kennen. Und damit ist ein Gesetzgeber, ob jetzt national oder auch ein regionaler Gesetzgeber wie das Europäische Parlament, letztlich ganz anders gefordert, als das zuvor der Fall war. Weil, wie Sie das vorhin auch so recht beschrieben haben, die Daten möglicherweise gar nicht mehr auf dem Staatsgebiet oder dem europäischen Gebiet irgendwie zu Hause ist. Und genauso wie es für einen Rechtsstaat eine extreme Herausforderung ist, eigentlich Beweiserhebungen in anderen Ländern, also bei anderen Servern machen zu müssen, damit man rechtsstaatlich auch hier noch beweiskräftig was erheben kann. Und das wird, glaube ich, noch nicht so vollständig umgesetzt. Wir sind dabei und würden das auch gerne weitermachen. Es ist aber dringlich notwendig, dass das kommt und gemacht wird. Aber es zeigt eben sozusagen die Grenzen eines nationalen oder regionalen Gesetzgebers gegenüber einem globalen Medium, wo es eben keine Grenzen mehr gibt und wo aber rechtsstaatliche Grundsätze immer dennoch eine Rolle spielen. In dem Zusammenhang, der ISF ist ja ein Zusammenschluss von Chief Information Security Officern. Deren Aufgabe ist es beispielsweise, GDPR, also die Datengrundschutzverordnung, im Unternehmen zu implementieren. Was würden Sie denen empfehlen? Dass, wenn Sie auch im Ausland Ihre Abteilungen haben, auch dort diesen Regelungen entsprechend unterwerfen, damit ein Datenaustausch hier auch ohne weiteres vorkommen kann. Eine ganz andere Frage ist dann, ob man aus nationalen Sicherheitsaspekten als Staat darauf zugreifen darf oder kann. Das muss man nochmal, glaube ich, genauer betrachten am Ende. Aber grundsätzlich, um den innerbetrieblichen Ablauf aufrecht zu erhalten, und das ist dann egal, ob vielleicht ein Teil des Unternehmens in den USA, in Asien oder Afrika oder wo auch immer sitzt, dass man dann sagt, der Standard der Europäischen Datenschutzgrundverordnung soll überall gelten und dann ist man auf der sicheren Seite, auch die Daten entsprechend austauschen zu können. Ich überlege gerade, wie der, wie sagt man? Binding Corporate Rules, gibt es da? Ja, ich denke an dieses auch Think Global, Act Local. Ja, genau. Also es würde in dem Fall ja als... Also Think Global, Act Local, ja, genau. Ja, genau. Also dem CISO würden Sie empfehlen, dass er eben global denkt, aber die lokalen Gegebenheiten implementiert, also die Anforderungen, die lokalen Anforderungen implementiert. Ja, genau, genau. Gut, ich denke mal, das ist ein ganz guter Rat. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der zweite Teil unseres dreiteiligen Interviews mit dem Abgeordneten Axel Voss. Wir sind bald mit der dritten und letzten Episode zurück, in der Sebastian Tischer und Axel Voss ihr Gespräch über die DSGVO und weitere rechtliche Maßnahmen, mit deren Hilfe Cybercrime und Nation-State-Cybercrime bekämpft werden sollen. Wo man dann eben auch eingestehen muss oder wie auch immer, dass wir nicht alles perfekt in dieser sich rasant ändernden Welt immer regeln können. Wo man dann sagen muss, gut, wir versuchen das und da, wo es nicht funktioniert, steuern wir nach. Und ich glaube, zu dieser Mentalität muss man eher kommen und nicht sagen, wir fassen das jetzt einmal an und in 20 Jahren machen wir das dann wieder, sondern dass auch da die Gesetzgebung sich an dieser rasanten Veränderung in der digitalen Welt auch orientiert und auch flexibler wird. Hören Sie auch in der nächsten Episode mit dem Abgeordneten Voss rein. Wie immer finden Sie unseren Podcast auf iTunes, Google Play und überall, wo Sie Podcasts hören. Auf unserer Webseite bieten wir weitere Ressourcen an, mit deren Hilfe Sie die Sicherheit Ihrer Organisation verbessern können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf securityforum.org. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf,